Musik Davon könnte ich ein Dutzend essen Davon könnte ich ein Dutzend essen Ganz schlechter Tag, um dich mit mir anzulegen Bestes Essen aller Zeiten Es freut mich zu sehen, dass meine Lieren angekommen sind Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was war's für dich? Ihr schwicht Krang, bitte Invasion mit Ihnen. So far! Das war es wohl hier für euch, Dämpel. Und jetzt, Leute? Was ist mit Raph los? Er ist sauer, weil wir reingelegt wurden. Es gab kein Portal. Äh, Jungs, ich habe eine gute und eine richtig, richtig schlechte Nachricht. Die gute ist, ich weiß jetzt, wo das Portal im Moment ist. Und die schlechte? Ist das ein... Riesen-Crank, das durch das Portal im... Himmel kommt? Okay, Donny, was tun wir dagegen? Wir müssen an eine höhere Stelle bedanken. Wirkt nicht so, als wäre das Portal schon ganz offen. Wenn wir hoch genug kommen, könnten wir es vielleicht schließen. Also wenn wir durch die Kanalisation fließen, kommen wir sicher nicht ran. Was auch immer ihr vorhabt, vereilt euch damit. Polizei und Militär kommen nicht an den Crank-Droiden vorbei. Ihr müsst allein arbeiten. Tut mir leid, Erdlinge. Aber eure Basis gehört jetzt uns. Also ich klappe mal. Mann! Eine kleine interdimensionale Invasion und alle verlieren ihren Sinn für Humor. Raphael, reiß dich zusammen. Jetzt ist nicht die Zeit für Scherze. Aber auch nicht, um die Disziplin zu verlieren. Nein, jetzt ist die Zeit uns zu beheben. Okay, wer ist der Nächste? Nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020